Die Ritzen im Fensterladen sind länglich. Die Lichteffekte auf der Wand hingegen erscheinen jeweils rund. Also hier, der Laden. Und was auf die Wand fällt, das sind tatsächlich Abbilder unserer Sonne. Hier sieht man gerade, wie eine Wolke dran vorbeizieht. Diesen Lochkamera-Effekt kann man auch hervorragend nutzen für die Beobachtung der nächsten Sonnenfinsternis.